Moin moin Pizza time Pizza Pizza Wessen Flashes sind jetzt echt besser? Die von mir oder die von dir? Da haben keine Flashes Breach Ich glaube Breachs, seine sind länger Die von 9 sind auch ziemlich lang, wenn du direkt reinguckst Der 9 Der 9 Das Neue Krass, 9 Mehrere Gegner voraus Gegner gesichtet Sind viele bei euch? Ja, alle Ich blick mal rüber Ah, toll, bin da reingelaufen Der entgegen schon Gegner gesichtet Die Cryharden Platziere Turm Ein Gegner Topschuss Seid gefunden Ja, da haben wir dröhnen Oh, scheiße Oh Stopp Nanosparm raus Halt, stopp Nicht gut Wo? Wat? Da war eine Waffe mit dem Ghost in Die war dann nicht mehr da Das war ein Ghost, haha Ui Ich hab meinen Ghost gesehen, die hab ich mir auch noch Oh Okay, jetzt wollen wir uns noch mal oben reinstellen zusammen Oh, okay Oh Aha Stell dich auf seinen Ständer Geschützturm steht Und Leichte Eskalation Hier ist doch jemand Man Nice Der Rest ist nicht zu haben Cooler Auftritt, Kevin, aber da ist nicht Ja Lade nach Ein Gegner übrig Alter, wie das ist ja Ich hab einen Erlebnis Sehr gut, mein Waffe Ich bin nicht Ja Schön Hm Brauche Ausrüstung Oh 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 Sorry Chris Gehe zu B Danke Mein BFF Wait, what? So schnell geht das, Chris Diese Runde ist neu, ja Geschützturm steht Ihr seid alle meine BFFs, außer der anderen Tag Seht ihr da drin Platziere Alarmbot Platziere Namen Nanoschwang Gegner gesichtet Der hat kassiert Ich kann ja nicht so machen zu machen Ha! Ein Spiel mit das Platziere Nanoschwang What? B vielleicht Ja Jetzt haben wir aber noch einer Ja Kömmchen kaputt Hab sie gef- Nanoschwang raus Legt schon Toll, wieso 2 platziert Variable eliminiert Einer für mich Prospektus Ah 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 auch die die strahle heller als all ihre radiance zusammen Scheiß Wand von dem geht ja gar nicht durch ne Wand Was? Was? Ja Die Feuerwand geht nicht durch Wände Achso, ja Ist keine Viper Geht's los An diesem Zaun ist doch kein Zaun dran Hier bist was du tust Oh, Flashbacks 2014 Flashbacks Ne, 2012 sogar Platziere Turm Da Smokes auf A Ich geh mal rüber Jetzt hätte ich mal ne Spraywaffe gehabt Sorry, Alter Der war noch einer On-Spot Weg mit dir So ein bisschen Scheiß im Adleren da Spike platziert Ich weiß genau, wo ihr seid Die haben ja so viel zum Aufdecken Was noch hast du ne Hulti? Kriege ich's Badezimmer einer Badezimmer einer Platziere Turm Durchsession und Headshot los Und Lampe der andere Ein Gegner übrig Letzte Badezimmer Gehst deckt ab Aus dem Weg Und decken wir ab Die kommt Mitte Der kommt von hinten, der kommt von hinten Das hat er nicht gehört Das hat er nicht gehört Letzter lebender Spieler Nice Schööööön Rootkill, nice Habt ihr noch neue Klassen gefunden? Set & Kill John Wollt ihr mich vielleicht nochmal andere Klassen wegnehmen? Nein Lüge an Ja Wir wollten noch Rainer nehmen und Den Omen Nein, den hab ich heute Den hab ich jetzt erst gefunden für mich Oh Gott, hier ist ein Geschrei Ja, der Flash-Vogel Sehen wir's mal auf Ich lasse durch Ich hab ein bisschen früh gepusht Ich hab ein bisschen früh gepusht mit der sieben Weh Ist immer nur Kleine Schock Ich hab den richtigen Transport Wenn die Öl getrückt, müssen wir auch pushen Oh, er kommt durchgelaufen Ich hab Smokes gemacht Für Fenster und Klauen, also Ich hab eine überbogen Gegner gesichtet Ein Gegner in Ordnung Letzter Leben der Spieler Er ist low Wir haben Hälfte schon Kannst du Feuerwehr machen? Oder durchziehen Vielleicht hat er nicht mit gerechnet, dass Hälfte ist Und dass er nicht antäuscht Oh, ich hatte sogar Smokes gehabt Sorry Deine Smokes sind nur für dich wichtig Sie wollen sterben Lassen Geschützturm steht Platziere nach Seht genau hin Oh Steps Ne, das ist unsere Na, beeindruckend ist das, ey Bombe hier, Bombe hier, Bombe hier Ah, die Tür geht einfach nicht auf, wenn ich meinen Mordi durchschieße, scheiße Dunkelheit Ich bin euch auf der Spur Letzter lebender Spieler Ein Gegner übrig Es kommt, es kommt Ey, die ist aber ganz schön schwach, oder? Die Ult? Ja, der sekt immer den Dann auf, ne? Die da Könnte angetäuscht sein Ich hab vergessen zu kaufen, Leute Das haben wir gesehen Schaffst du trotzdem Spike platziert Ja Geist Jetzt Beine brechen Ich schieße durch den Rücken Käse Schnell, noch ein Spray, noch ein Spray Ja, Explosion Ja, Explosion Ich brauche dieser Teppich im Badezimmer Ich brauche schon seit vier Runden Beute Ich glaube, ich spiele die ganze Zeit mit Spectrum Mach doch was Nee, ich sterbe jede Runde, ich bin useless Ich kann Nein Weil ich, je älter der Charakter, umso schlechter spiele ich den Meine Charaktere müssen jung und knackig sein Ich bin ein Spiel der Omen Ich bin ein Spiel der Omen Ich will hier nicht mehr sein, ich bin geräumt Ich hoffe, hier ist nix Äh-äh-ah Ich will hier nicht mehr sein Ich höf hier ist nix Oh, oh, sie kommen B. Sie pushen B. Hart. Plänen die schon? Fast, ja. Jetzt ja. Ich brauche ein Ja oder Nein. Spike, das ist schwer. Kein Entkommen! Nun, das ist ein Feind. Letzter lebender Spieler. Nein, der Boomer. Och nee. Ich dachte, er hat den Seinfeld nach rechts gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch extra nach rechts ausgewickelt, da war er schon längst dort. Der Tradition-Maßdorf. Deswegen hat er den nach rechts gemacht. Er hat den, bevor ich nach rechts gegangen bin, nach rechts gemacht. Ja, ja. Hör mir doch mal zu. Jetzt hast du gleich geschaut, extra, wo steht der da? Ah, ja, doch, ich muss einfach hinlaufen. Warum soll ich denn stehen bleiben, dann bin ich sterben, oder was? Was weiß ich nicht, was du mal. Du Otto. Normalverbraucher. Ja, echt mal, du Normalverbraucher. Du bist bestimmt einer, der Toilettenpapier hordet. Platzierende Reaktion. Ich brauche nicht, wenn es genug gibt. Rock. Der Hansa macht irgendwelche Feile-Tricks. Ah! Ja, was ist denn? Ich sehe nix. Hm. Oh, die ist ja schon bald jetzt immer durch. Hat er mich echt in das Wort gesehen mit seiner scheiß Drohne? Auch an derselben Stelle. Ich bin nicht nett von ihm. Nein! Ich dachte, der wäre ein bisschen näher. Wir sollten aufhören zu denken. Okay, ich schieße einfach. Ja. Na, 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 na. Kannst du mich covern? Nein. Ja. Ganz ruhig bleiben. So überlebt es, Mann. Komm schon, lass! Ja. Spike gefunden. Gegner gesichtet. Ah, da ist noch einer. Ist klar. Ich fliege auch immer am 180 Grad schnell. Das war's dann für dich. War noch einer im Badezimmer. Die schon links, Chris. Ich weiß nicht. Ach, da. Genau daneben gezielt. Ich bin euch auf der Spur. Spike platziert. Ha, Tümpchen hat wieder mischt. Lol. Du hast durch das Ding durchgeschossen. Du hättest immer noch dein Ulti hier. Letzter lebender Spur. Krieg ich da einfach durch die Platze? Schön. Ich verstehe mal A. Okay. Nein, du bleibst hier. Vier A. Ich bringe eh nichts. Wieso geht jetzt alle B? Wieso geht ihr jetzt Werner B? Wieso geht denn Kevin B? Weil Chris B geht, äh A geht. Ich will auch nicht mehr A sein. Pech. Du reißt auf A mehr als ich. Also kann ich auf B auch mal nichts reißen. Dann zeigt es ja nur, dass es funktioniert hat. Oh, die sind doch. Ich geh schon mal rüber. Ich blockiere die Sicht. Ja, das war's. Ich weiß genau, wo ihr seid. Der macht's jedes Mal hier. Nehme ihnen die Sicht. Spike platziert. Letzter lebender Spieler. Boah. Jetzt nur weitermachen mit dem Spiel. Wieso sterbe ich immer so bekloppt? So sehr mir diese Welt wehgetan hat, sie gehört mir. Und ich werde töten, um sie zu verteidigen. Das mal wieder gewinnen. Ja, sie sind doch einfach. Ja, wir sind doch einfach. Geschützturm Steg. Das sind unsere vier. Steck mit ihnen. Also ich bleib jetzt erstmal hier. Sie werden sich folgen. Sie werden sich folgen. Wir gehen B. Schon wieder? Wahrscheinlich. Ja. Naja. Keine Ahnung. Ja, der Spot-File. Du hast denn jetzt ja oder keine Ahnung? Ja, B ist der Spot-File. Vielleicht gehen sie jetzt wieder an. Die Plänen da, Leute. Weg mit dir. Spike platziert. War das opfermäßig. Ich hab doch gerade gecheckt. Da war einer der anderen. Genau da. Genau, den meine ich. Hast du gesehen? Da, er ist schon genau vor dir. Letzte Runde vor dem Wechsel. Letzte Runde. Nötig's los. Nötig's los. Platziere, Tach. Jetzt hat sie auch keinen Bock mehr auf A. Glaub dir nicht. Oh nice. Balki sogar noch. Glaub dir nicht. Aber das ist manchmal mitte, ne? Die könnten ihn einfach wieder nehmen. Spindet. Dann läuft Nano-Schwarm raus. Um. Die Tüze sind alle da. Wie ist die so vor dir? Ein Gegner ist radiert. Plänen das sogar einfach. Wollah machen. Achso, er wäre der Letzte. Oh, ich hätte lieber behindert machen sollen. Und hättest du vor deinen Augen defusen können? Das wäre wirklich geil. Oh, Mann. Ich hätte Disrespekt. Missachtest du. Du bist doch nur in einem Attack-Gut-Gable mit dem. Jetzt geht's los. Ich bin überhaupt nicht gut mit dem. Der ist viel zu alt. Und männlich. Zu viel Genshin im Pack gespielt. Ich kann mich mit dem hier nicht identifizieren. Zu wenig Lolis in diesem Spiel. Echt mal. Lolis for Valorant. Fehlt halt echt. Alle gespottet. Zurück. So. Oh. Gestolpert. Alter, das ist nicht so. What? Ist die denn blind? Ja, ich merke schon, wie viel besser ich geworden bin, wo das gewechselt hat. Was ist das denn für ne Scheißflash, die eine Viertelsekunde brennt? Hm, die ist böse. Chris mit seinen Standardantworten! Der hat überhaupt nie zugehört! Doch! Natürlich hab ich zugehört. Die Flashen ist wirklich böse. Du hast wirklich nicht zugehört, es ging nicht darum, dass es geflasht ist. Sondern dass sie so kurz flasht. Oder hab ich nicht zugehört? Du hast nicht zugehört. Leute, Abstimmung. Nee, stimmt doch. Ja, siehste Chris? Ey! Noch, Tschüssi. Du auch durch den Smoke! Ich hab nur 6 HP! Ich hab 0. Ich hab 79. Spike fallen gelassen! Cooler Trick. Ich hab kein Wort mehr. Geschützturm steht! Push ein bisschen von B gleich. Aber was wollt ihr denn machen? Ihr habt nur Clare-Sips. Da ist einer! Hier! Gegner gesichtet! Lass uns! Willst du die Waffe? Nee. Okay. Free Fire, no Info! Mhm. Unser Zeuggerichtum! Ich hab schon so ne Schalter! Toll! Ich hab seine Waffe an sich. Ah! Noch 30 Sekunden! Wieso ist eigentlich... Wieso ist sie doch nicht A gegangen ohne Bombe? Äh, weil ich die verloren hab. Aber die ist doch danach A gegangen. Lange nachdem du gestorben bist. Weil sie verfolgt wurde. Ich hab zwei Gegner. Letzter lebender Spieler! Ja und jetzt steht sie da. Und jetzt? Noch 10 Sekunden! Da ist ja noch jemand wie so... Komm, geh nicht! Oh! Deswegen! Die war schon B! Die ist mit dem Teleporter A gegangen! Ja! Das hab ich ja nicht verstanden! Ja, weil es zwei Leute sie verfolgt haben. Die wollten dann auflauern im Teleporter. Ach so! Aber... Ja, weil wenn die Bombe B legt auch einfach in den Teleporter nach A gehen. Ja! Hätt ja klar gehört, dann hättest du noch ein Gegner gehabt. Ja, hätt ja klappen können. Wann aber nicht klappen. Außer können wir flamen. Passt nicht. Es hätt auch klappen können, dass ich gestern auf die Straße gehe und eine Million Euro fähne, aber leider nix für was. Alle zusammen! Wo nicht? Na, weiß ich nicht. Warte, dann! Stimmt pack hier! Keine persönlichen Infos! Was ist das denn? Lade nach! Lade nach! Weil er im Ghetto wohnt, so. Das musst du kurz überlegen! Wo, wo, wo! Da! Ja! Also ich meine damit, die ganze Stadt ist das Ghetto! Ich spiele das jetzt, weiß eh wieder jeder, was gemeint ist für eine Stadt! Scheiße! Ja, was von Deutschland ist ein Ghetto! Ja, was von Deutschland ist ein Ghetto! Ja, wir wissen nicht! Ja, wir wissen nicht! Ja! 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 Ach so, ihr wollt mal nur Swords, ne? Spike fallen gelassen! Da steht doch schon aufgeregt! Da ist ja wirklich einer! Ja! Letzter lebender Spieler! Halt einfach wache Leander! Du machst das gut! Okay! Oh, das ist schon wieder so ein Hitglitch hier! Eine Pixelreihe! Ah! Vorsichtig! Noch 30 Sekunden! Ich steig hoch! Pusht der mich? Ja! Ein Gegner übrig! Komm schon! Los! Mach mir den Punkt! Ja! Oh! Noch 10 Sekunden! Drei! Drei! Nooo! Hä? Hat da jemand gelaggt oder so? Ist das so aus? Nee, die ist einfach nur schlecht! Die ist so schlecht wie ich die Runde! Das ist der Dreischuss! Da kommt mich auch das Vollmer gleich raus! Naja... Bei mir sei das so... Ja, der hat die Runde gewonnen! Also... Indem sie wahrscheinlich in Bullshit gebrüllt haben! FIGHT! HIGHT! Naja... FIGHT! HIGHT! Okay... Oh, Jesus! Das eine Mal, wo wir uns alle zusammen verschieben! Lade nach! Ich... weiß... Ich... Ich starte doch da alle, wieso ist niemand mitgekommen? Ich... 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 Oh, ich sag schon mal was... Wait... Die blende sogar, wenn ich nicht hingucke? Ja... Was ist denn das für ne Scheiße? Ja... Ja... Tschüss! Was ist denn das für ne Move? Ich wusste nicht... Ich dachte rechts wäre noch einer, deswegen würde ich schnell wieder weg! Oh... Uh... Oh... Oh... Hilfe! Hilfe! Schnell, head and rush. Nach zwei ist CT und einer Heaven. Du hast ein Messer. Okay. Ne, schon gut. Wo ist der? Schau, du bin noch runter. Auf ein Spot irgendwo hier. Bleib einfach dead. Der ist selten, bestimmt. Der ist ein Badezimmer. Nehmen wir noch ein Badezimmer? Tööö Hier ist eine OP Ich kann zwar damit nicht umgehen, aber da nehm ich. Okay, dann Cole, hol ich mir noch ne Piste. Willst du die? Ne, 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 ne. Ja, wenn du tot bist. Nee, das glaub ich dir jetzt nicht. Das klang so, als hättest du gelogen. Ich... ich will die nicht. Ja. Schau mich die Schwuchtel so an. Nee, was ist das? Was hab ich jetzt hier? Nimm das jetzt. Ich will es nicht. Okay, okay. Schnell. Oh cool, gerade ist Waffe dort. Der ist einer schnell. Nein, nicht die Waffe. Oh. Doch, gut. Das ist eine falsche Waffe. Der Omen ist tot. Achso. Ich weiß genau, wo ihr seid. Ich weiß genau, wo ihr seid. Der Omen ist noch im Spawn irgendwo. Der Omen ist tot! Du bist ja noch schlimmer als ich! Hä, der Omen ist noch da! Der Omen ist noch da. Ich hab's nicht mal ausgemacht! Nein! Lass mich mal versuchen. Du darfst jetzt, ja. Danke. Wo muss die Klinik enthalten? Ich helf moralisch. Der glaubt, dass sich gleich stirbt und Nippel dann meine Waffe nehmen. Ja, das hat er grad auch schon. Nee, 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 nee. Der Joke, we got reused here. Alles gut jetzt. Die Waffe wird richtig durchgemudelt. Weißt du, was nicht gut ist? Der Leandro. Ja. Dass Cyberpunk schon ja verschoben wurde, jetzt am 10.12. Äh, das ist schon so dran. Oh, Mann, ey. Deswegen nehm doch gerade auf, die wissen doch nicht, von wann das ist. Nicht wieder aufstehen! Da hast du schon selber funktioniert. Du bist grad bei der, äh, Mission im Becken. Nee, ich customise immer noch meinen Dick. What? Du kannst deinen Dick customisen. Ich bin euch auf der Spur. Ich würde auch meinen Dick customisen. Schön mit Tattoos. War da jemand oder schießt du nur? Da war auch die Kamera. Lade nach! Wie wichtig ist das denn ein Dick mit Tattoos? Ich hab keine Ahnung, wie man ihn customisen kann. Ich hab mir das nicht angeschaut. Ich weiß nur, dass es gehen soll. Wenn dieser Part erscheint, gibt's Cyberpunk noch nicht. Huah! Huah! Gekner gesichert! Terminiert! Geschützt zum Stich! Plaziere Nanoshwarm! Molly! Getoppelt! Nanoshwarm! Noch 30 Sekunden! Nein entkommen! Plazieren! Zwei platziert! Da komm! Hol' ich, wie du möchtest du gebt hast? Na, ruuuuuu! Hallo. Hallo! Noo! Ein Gegner übrig! Elbogen! Ich weiß auch nicht, was das für ein Aim war. Cooles Kill, ne? Das war kurz nach rechts ausgewichen. Nicht sterben. Wenn ihr da Hilfe braucht, einfach raus. Oh, jetzt darf der Kevin. Just ask. Wait. Not enough. Was ist das? Nee, der hat doch nicht die AW genommen aus Windu und ist dann spawn gegangen, oder? Nö. Aber ich bin nicht dran. Er hat mich mit seiner eigenen gekillt. Da war schon wieder die englische Phoenix Stimme. Nee, der sagt halt einfach yeah. Aber das ist eine ganz andere Stimme. Ich geh voraus. Das ist eine Stimme. Oh, da ist eine Shorty. Oh, er kommt! Oh Gott. Da ist noch einer. Ich will auch eine Shorty. Ich will auch eine Shorty. Finpack hier. Ich will das einlegen. Ich will das einlegen. Ine. Ich hab mich gar nicht. Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht mehr. Kannst du gleich Drift umändern, dass sie nach hinten gucken? Okay. Gegner gesichtet. Ich ist nicht mehr. Countdown läuft! Platziere Turm. Ich glaub die kommen nicht mehr. Ein Gegner übrig. Ein Triple Baby! Wait, war die doch noch Windows, oder? ja aufgabe zu gucken weil ich dachte ihr habt das jetzt gecheckt wir sind alle weg hab ich eindeutig gewonnen das 1-on-1 du darfst lernen ja mach mal wir dachten du brauchst die punkte das war der der sich beschwert hat kommt aber rennt ins brain im badezimmer vorbei jetzt ist lustig mann Jetzt Messer-Aktion, Chris. Ja, dein Ultimei nicht. Ja, ich weiß, was du meinst, aber auf die Distanz treffe ich nicht besser. Oh. Dann der Schrein. Verzieh's nicht, wenn du die Messer draußen hast. Ja. Gegner gesichtet. Letzter lebender Spieler. Nice. Ein Gegner übrig. Das Aim war wunderschön. Du hast sie danach trotzdem noch gekriegt, also. Das war richtig schlecht. Ey, ein Messer. Ah, das war ja wunderschön. Ich mag die Messer auch nicht. Wird vorhin selbst gesagt. Ich halt euch den Rücken frei. Naja, nur von vorn eben. Ich hab lieber Explosionen und Tote. Ah. Hm. Zeit für Minigun, ja. Hm. Na, 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 na. Ja, ich wollte das nicht machen. Nur kurz gucken. Ich mach jetzt wieder bis hier alles kurz durch. Lade nach. Ich mach jetzt wieder bis hier alles kurz durch. Ich mach immer die Kamera zählen. Das Kreuz ist aber neu, hier mit der Sci-Fi-Mail. Nö, glaub ich mir noch. Ist nur mit weiß, äh, gegnerischer. Schau, hör, hör. Hier noch schneller! Ist nur mit dem. Ja, natürlich. Äh, lass den Himmel leuchten! Ach, das war unten so. Ach, Mann! Links direkt! Oh shit! Zwei Stück. Wo ist denn der Cypher hidden? Waren die alle da? Ja, die sind flottiert. Ich glaube schon, ja. Cypher hat die Hälfte. Ich steig hoch. Spike platziert. Okay. It works. Okay. Ein Gegner übrig. Letzter lebender Spieler. Nein, zumindest eine. Ich sage mal, auf Time-Speed sollte es eigentlich klappen. Ja? Das wird nicht auf Time-Speed. Oh. Oh. Passt. Gut, wir rechnen auch, dass da jetzt noch Badezimmer ist, wenn das Ding für Mitte steht. Und schon einer vor Badezimmer gestorben ist. Ja. 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 Ja! Ja! Ja. 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 Das wird heute überlänger. Da freuen sich die beiden Zuschauer. Guck mal, jetzt kommt die Kamera. Er hat Fallen gemacht, er hat Fallen gemacht. Jetzt kommt die Kamera. Aber jetzt neu, da ist ne Falle mit drin. Schnell, Kamera pre-himmeln. Da. Eine war hier lang. Entkommen. Ich bin euch auf der Spur. Ja. Können wir A gehen. Ja. Ich hab ja die Bombe. Du hast die Bombe. Ich hab die Bombe. Ich bin der Bomberman. Stimpack hier. Jetzt zwischen Teleporter wieder zu b. Genau. Im Anmarsch. Noch 30 Sekunden. Spike platziert. Molly. Da kommt wahrscheinlich ganz schade dann. Windows an. 2 glaube ich. Das ist schon an den Spot. Aaaaah. 78 nur. Oh. Das war die. Das war die. Einer dürfte los. Der Hälfte, Hälfte. Der zieht durch. Oh. Und. Und. Kann ich nicht. Sie darfst du wieder kaputt. Ja. Aber das bringt ja nichts. Doch. Zeit. Doch. Zeit. Ja. Stimmt. Und. Spawns. Mit 100 AP 9. Ja. Gut. Der hat danach eh weiter gesprayt. Also. Ja, zwei Sekunden, je nachdem wie er sich angestellt hatte. Hm. Verlass dich auf mich, Alter! Ja, verweiter die Füße. Oh Gott, was ist denn da? Guck mal! gegner gesichtet platziere nano schwarm raus oh shit ich hab sie ausgemacht sind wir beide markiert? ja einer spawn ach genau oh shit that's the window oh ich hab mich grad irgendwie noch abgeholt das muss ich nochmal lernen flash war schön schnell zurück gehst ace ich steig hoch besser ach geht gar nicht zuvor immer noch window be saved ja überlänge stundenpart gibt der hier auch the fuck aber nur eine runde das ist die eine entscheidende runde oh no jetzt müssen wir uns anstrengen doch echt soll ich bucky spielen damit rechnet keiner ja find ich nen guten plan find ich nen guten plan nice ass kiss what? ich mein bin zu alt für den körper er ist erst der auf entscheidend was er macht also spinpack hier die ist nicht die ist nicht die ist nicht ich schau da auf den Bauch auf die nun 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 ich habe Angst Lade nach Fuck Weg mit dir Geht doch wieder die Sicht Geht doch wieder die Sicht Geht doch wieder die Sicht What? Oh shit Der hat auf dich geschossen Lade Verteidiger gewinnen Wow Das ist sehr dumm Da war Panikmodus, ne? Ich hebs auf Gis und seine Bucky Nee, nee Ja, Volt Kick F5 Volt Kick Tschüss Bye Bye